Grüßt doch, ihr auf YouTube. Ich bin ein wasch-echter Bayer. Und ich bin ein Brezen. Und das ist Sheldon Cooper präsentiert. Gau, die Pfanne? Hallo. Ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen werden Sie und ich zu Erforschern der dynamischen Welt der Vexilologie. Nicht so schnell, Dr. C. Was ist Vexilologie? Vexilologie ist die Flaggen- und Fahnenkunde. Cool. Ich denke, ich habe etwas gelernt. Hatten Sie Spaß dabei? Ja, und wie? Spaß und Information sind die zwei Seiten dieses Video-Podcasts. In späteren Episoden finden wir Antworten auf brennende Fragen. Welche ist die einzige nicht rechteckige Flagge? Welches Tier befindet sich am häufigsten auf Flaggen? Welches Tier befindet sich am zweithäufigsten auf Flaggen? Und vieles mehr. Die heutige Ausgabe von Spaß mit Flaggen ist nicht spaßig. Aber sie ist sehr wichtig. Flaggen. Ihr müsst wissen, wie ihr sie haltet. Ihr müsst wissen, wie ihr sie faltet. Fangen wir an mit der Beschreibung der Bestandteile der Flagge. Diese Kante ist die Stockseite. Und wenn wir die Flagge... Tut mir leid, entschuldigt. Cut! Hast du nicht gesehen, dass wir hier drehen? Entschuldige, ich gehe mit Penny essen und muss hier raus. Und ich habe mir Flaggenwissen angeeignet, dass hier raus muss. Ist alles klar? Nein, ich bin fassungslos. Aber wie die Flagge auf dem Kapitrol bin ich noch da. Und... Take zwei. Hallo. Ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen... Hey, ich bin wieder da. Cut! TX47.